Ich wollte nur ausprobieren, ob das funktioniert mit diesem Smartphone. Das ist doch kein Spielzeug. Wieso? Sie können doch nicht einfach den Notruf wählen. Ich habe auch nicht den Notruf gewählt. Ich habe dich angerufen. Das ist die Polizeileitstelle, die sie angerufen haben. Das wusste ich nicht. Ich wollte nicht flirten. Ich wollte nur gucken, ob das funktioniert mit diesem Smartphone. Funktioniert. Ich finde. Wunderbar. Machen Sie es gut. Wie lege ich auf? Roter Hör. Hey die Herren, dann würde ich sie auch nicht länger aufhalten. Vielen Dank für die Kooperation. Seid ihr eigentlich alle so alt? Warum? Warum? Weiß nicht. Oder seid ihr so die Dienstältesten, die dann gucken nach Recht und Ordnung und sagen wir die ganz schwierigen Fälle nicht mehr machen dürfen. Wie kommen sie da drauf? Weiß nicht. Ihr seht alt aus. Aber so der sieht sehr alt aus. Hör sie mal. 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 Ich bin zwar alt, aber ich bin noch topfit. Ja, sie. Mein Grossvater auch. Ich habe in der Highschool die meisten Yards und die meisten Touchdowns in einer Saison gelaufen. Wie lange ist das her? Das ist schon gut her. War der Ball da noch rund? Hola. Abend. 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 Alles gut bei Ihnen? Bei dir? Wunderbar. Ja, ja. Muss, muss. Guten Abend. Habt ihr schon irgendwelche Verbrecher gefangen? Ja, so drei ungefähr. Drei? Ja. Okay. Drei. Mal so, mit meinen über 100 Coins bin ich eigentlich gut bei Sachen. 100 Coins? Ja. Wir sind 100 mal 390 Dollar. Einfach zwei Nullen dranhängen. 39.000. Ja, richtig. Boah. Warum arbeitest du noch bei der Polizei? Ja. Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Ich hab heute den Kurs gecheckt und meinst du, ich kann ja nicht in Rente geben. Mach das doch. Ah, genug bist du doch schon. Ja. Was? Das ist der knackige 29. 29. Ah, die Madre Mio. Ah, du bist so einer, der sich deinem Streifenpartner anpasst von dem Aussehen her. Das ist einfach nur Hip. Der ist Hip? Der Tupier? Ne, ich bin Hip. Und er ist fast Hip. Entschuldigung, mein Name ist Braun. Braun? Officer Braun, ich höre schon nicht angehe, sind sie Raiders Fan? Hä? Sind sie Raiders Fan? Football begeistert oder wie oder was? Na, ich fand's nur cool. Hat er das schon wieder vergessen, ne? Hat er vorhin schon gefragt. Haha, stimmt. Haha, wie viele Punkte waren das ungefähr vor 50 Jahren, Opie? Hört sie? Achso, haben wir uns vorher schon da? Ja, Jack, dann sind die Streife 5. Gut, sie haben jetzt auch eine neue Jacke, das kann ja auch durch mal vorkommen. Jetzt doch mal hängen. Nein, du. Der ist schon genau richtig in seinem Job. Wohin gehen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht nochmal zu dem... Zu diesem Hotdog-Stand. Warum? Willst du wieder Hotdog? Hä? Willst du noch einen Hotdog? Amigo, was hast du vorhin gesagt? Was brauchen wir, hä? Was brauchen wir denn? Ah, si! Was? Meinst du, können wir... Bei den Schwarzen fragen oder was? Hahahaha! 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 Ok, das war jetzt. Du bist bei mir vorher, Thaylen, oder? Das war auch mal. Hahahaha! Das wäre ungefähr so, wie wenn jemand anderes sagen würde, hey! Was ist die beste Taktik, um sich in einem LKW hinzuverstecken? Komm, wir fragen einen Mexikaner. Ja, ich sehe, aber ich habe keine Mexikaner hier gesehen bisher. So, bitte, Chef. So, schön. Ich kriege von euch dann 20 Dollar, bitte. Heilige Scheiße, was sind das denn für Wochenpreise? Du hast gerade gesagt, 3 Dollar, warum jetzt 20? Nein, Mann, ich habe 5 Dollar gesenkt. Du hast 3 Dollar gesagt, willst du mich ja farfen? 5 Dollar? Da ist Kaviar drauf, Mann. Weißt du, was für Kaviar? Weißt du, was nicht, was Kaviar ist? Er hat dir was für ein Kaviar gelabert. Ihr wolltet doch scharf haben, Mann. Kaviar ist scharf. Kaviar ist doch, was Fische kacken, hä? Nein, Mann. Nein, nein, nein. Kaviar ist, was Fische kacken, aber auch sehr scharf ist. Bruder, du weißt schon, dass du gerade gesagt hast, du kriegst von uns 20 Dollar, ja? Sagst dann, ein Hotdog kostet 5 Dollar. Ich habe 3 bestellt, Bruder. Wem versuchst du sie abzuziehen? Und dann stellst du dich am Anfang noch an, ob die falsche Seite vom Hotdog stand, Bruder. Das ist los mit dir. Hallo, der war früher mein Luftballon. Dem ist gerade die Luftausgange, hast du gehört? Ich sehe. Scheiße. Oh, Kops. Mein Hangar fangt. Oh, oh. No. Amigo, schnau dich an. Was ist das? Was soll ich dich besser ansteigen? Ich bin gerade aufgestanden. Ich will dich wieder in den Knast. Schnau dich an, Amigo. Wirklich. Ich habe nichts verstanden. Der Gurtklemmt. Der Gurtklemmt. Ich weiss nicht. Ist gut. Hast du eine Waffe? Hä? Hast du eine Waffe? Woher? Keine Ahnung. Wenn du ein Auto hast, hast du ja bestimmt eine Waffe. No, habe ich nicht. Warum kommt so ein Auto, wenn wir... Aaaaaaahhhhhh. Heilige Scheiße, die klöben uns am Arsch. No, bis sie zu mir haben, wir haben nichts gemacht. Ah, ich sehe, wir müssen hier abhauen. Oh, bleiben sie stehen. Hier spielt das LSD. Locker bleiben, locker bleiben. Gucken sie hinter sich. Ha 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 ha. Fahr, fahr, fahr. Und jetzt wieder nach rechts. Und jetzt wieder nach links. No, du bist die Falschgebahn. No, no, no. Mal leise. Wollen wir rennen? No. Ja, 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 fahr, fahr. No, warum? Ja, 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 fahr, fahr. Ha ha ha. Du warst, ich packt, ist wirklich, aber du hast mich wieder gefickt. Und heute ist, warum? Amigo, ich habe nichts gemacht. Du bist zu schnell gefahren. Wir sind doch gemacht, aus Kindes. Ei, ei. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, hm? Wirklich nicht. Nein. Renn, renn, renn. Au. Ist doch ein Ja. Scheiße. Hände an die Wand. Scheiße, bleib locker. Die Hände über den Kopf. Hände an die Wand. Gesicht zur Wand. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Gesicht zur Wand. Okay, 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 okay. Scheiße. Weißt du, was ich noch mache, wenn du hier drin randalierst? Was denn? Ich verbiete dir das Rauchen und nehme die Zigaretten ab. Also setz dich und rauch. Ich rauche gar nicht. Ja, dann hast du... Aber ich wollte damit anfangen. Kannst du mir einen geben? Ja, hier. Reif zu. Perfekt. Gracias. So, und jetzt benimm dich. Ich komme gleich wieder. Okay. Habt ihr mich jemals hier rauslassen? Ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang in diesem Raum verbringen. Ich konnte mir mit den zwei Stuhlen da, konnte ich mir ein Bett bauen. Oder ich schlafe einfach auf dem Tisch. Hm. Und die Glühbirne muss ich irgendwie rausschrauben, aber die ist verriegte heiß. Rauchen ist gar nicht so leicht. Warum habe ich nicht früher angefangen zu rauchen? Äh, Glühbirne? Ich hätte schon viel früher anfangen sollen. Fick das Scheiße. Vor allen Dingen sehe ich voll cool aus in dem Spiegel. Und ich rauche. Ja. Hm. Ist da jemand? Ich kenne das aus den Filmen. Hola? Ich bin der beste Fahrer in der Stadt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was er mir vorgeschlagen hat. Ist egal, was er dir vorgeschlagen hat. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, nimm das an. Was soll ich denn annehmen? Das, was er sagt. Sag einfach ja. Und dann, was passiert dann mit mir? Nicht so viele Sachen. Nicht so schlimme Sachen, wie wenn du sagst, nein. Kann ich dir vertrauen? Kannst du. Und dann kann ich dir noch einen Tipp geben. Mach die Zigarette aus, wenn du mit dem Staatsanwalt redest. Das mag du überhaupt nicht. Das ist ja nicht mein Problem. Du hast mir die gegeben. Ja, das heißt ja, wenn ich das hier ganze Bude voll qualmen soll, ist das ungesund für die Lunge. Ist nur ein Tipp, ne? Moment. Erst leitest du mich dazu an zu rauchen und dann sagst du, das ist ungesund? Ich sag dir ja auch nicht, klau ein Auto und sag dir hinterher, dass das illegal ist, oder? Also, haben Sie eine Idee, wie Sie sich entscheiden möchten? Ja, was hast du gesagt? Ja, ich nehme das an. Okay, also bekennen Sie sich schuldig für die beiden Sachen. No. Nicht. Ich nehme das an. Was nehmt ihr an? Was soll ich sagen? Also, Sie sagen. Ich muss nur kurz auf Toilette. Also. Ja. Hey, Lady, wenn du uns jetzt anfällst, ich sag dir, ich mach das kaputt. Hurry up away. Okay, chill. Scheiße, Alter. Mit schwarzen Frauen, das ist wirklich nicht so. No. Aber die zwinkert dir gerade zu. Hey, Baby, warte. Mama, sitze. Das ist ein bisschen lokal, kann das sein? Nee. Sie wollen doch nur kussen. Ja, was soll ich dir sagen, ha? Ich hab auch die Arte. Ich hab die Arte gesehen. No, 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 no. No, no, no. Also, Fahrzeugkoll. Ich hab nichts gemacht. Senior. Ich hab nichts gemacht. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich habe nichts gemacht. Ist das Ihr Fahrzeug? Ich hab nur, ich hab nichts gemacht. Den Wagen hat gerade jemand hier hingestellt und hat gesagt, ich soll mal einsteigen. Im Handschuhfach ist was vor mich, ja? Okay? Ich hab nicht, der Wagen läuft nicht, ich bin nicht gefahren, gar nichts, ne? Ja, ich weiß. Ich bin Sie seit fünf Minuten am Beobachten. Und der Kollege, der da gerade im Kofferraum mitgefahren ist, das geht auch klar, oder wie? Der auf der anderen Straßenseite steht. Ach, das ist ja nicht mein Problem. Ah, okay. Da haben Sie vielleicht recht. Dann wollen wir zusammen mal ins Handschuhfach gucken, oder? Nee. Ich hab noch nicht da reingeguckt, ja? Ich weiß nicht, was drin ist. Wenn da irgendwas drin ist... Dann drehen sich jetzt um und ich durchsuche sie. Okay. So, aha. Aha. Bankquittung. Ein bisschen Müll. So, sie kommen jetzt nochmal mit. Ohne an den Müllte einmal zu gehen. Ich hab noch gar nichts gemacht. Warum schikaniert ihr mich hier mal? Gar nichts gemacht, ja, ja. Wir schikanieren Sie, Lisha. Schikanieren Sie? Ich bin hier vorbeigefahren, hab Kollegen abgeholt. Das Erste, was ich hier sehe, ist ein gelber Sportwagen und 20 Leute drumherum. Da kann ich ja nichts fuhren. Ja. Habt ihr gesehen, wie ich den aufgeknackt habe? Noch hab ich nicht. Nein, aber du bist gar... Sie haben da unten irgendwo rumgefuscht, das hab ich gesehen. Ja, weil ich im Handschuhfach gucken wollte, was der mir da reingelegt hat. Aber so weit kam ich ja gar nicht. Der hat sie genutzt, da ist überhaupt nichts drin. Ist nichts drin? Nein. Wissen Sie, was ich lustig finde? Wir haben alles Nötige dabei, um so ein Auto aufzuknacken. Ja, aber ich hab's nicht getan. Da sieht man mal, wie ehrlich ich bin, ne? Also, Sie wissen nicht, wem das Auto gehört. No, keine Ahnung. Aber ist ja offensichtlich nicht verschlossen, ne? Mein Leihwagen steht da drüben. Ja, ich weiß, mit einer Person im Kofferraum. No, no, das ist nicht meine. Ah, das ist der andere. Richtig. Der hat ihnen gesagt, steigen Sie ins Auto ein und guck ins Handschuhfach. Ich hab da was für dich reingelegt. Wie? Wie heißt denn der Herr? Hä? Wie heißt denn der Herr, der das gesagt hat? DJ. 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 Achso, DJ. Wie der DJ, der im Klub steht. Richtig. Ich kann ja nichts davon, wenn die alle so heißen. Ist doch noch gar nichts passiert. Ist doch noch gar nichts passiert. Da hatte jemand am Stehen mit einem gelben Baseball-Jersey. Oder Basketball, meine ich. Der auch vorhin, den du vorhin rausgeführt hast. Hatte der sowas an? Ja. Ja. Das ist ein Zufall. Also guck mal, es ist ja noch gar nichts passiert. Also der, der TJ hat gesagt. No, DJ. 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 Alles klar. Also dieser DJ hat gesagt, setz dich mal in das Auto. Ich habe da was für dich ins Handschuhfach gelegt. Und du siehst mit deinem Kollegen im Pufferraum ab. Hm. Weil ich meinen Leihwagen da druben habe. Die haben mich gefragt sogar auch noch, ob ich mitwähle. Aber ich habe gesagt, no, ich habe meinen Leihwagen da druben. Das ist schon mal sehr vernünftig. Meine Ewigkeit später. Wir können doch eh nichts machen. Er hat doch nichts verbrochen. Richtig. Warum stehen wir eigentlich noch hier? Ja, weil sie so blöd sind und sich hier stehen lassen. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ich habe das ein shot oder Untertitelung des ZDF, 2020